vor mir liegt der neue garmin 830 gps fahrradcomputer den ich jetzt gleich auspacken werde ich weiß nicht ob der akku geladen ist ich weiß auch nicht ob ich ihn so spontan konfigurieren kann aber wir probieren es einfach mal und ja dazu ich habe jetzt nicht so viel platz zu öffnen gucken wir mal da ist er schon drin so schaut er aus aufkleber wegnehmen wir haben unten zwei tasten hier haben wir auch die micro usb schnittstelle oder buchse hinten haben wir den garmin quarter mount und ihr seht hier die kontakte für den zusatz akku den man von unten an den halter schrauben kann und wenn ich mich recht erinnere ist hier ja genau auf der linken seite der ein ausschalter bei garmin traditionell das gerät schalten wir gleich ein gucken wir erst mal was noch hier in der box drin ist der garmin gerätehalter der seht das ist kein fake ich habe das bisher noch nicht geöffnet einfach mal auseinander testgeräte teststellung die ich vom garmin erhalten habe ja aus plastik recht stabil ihr seht von unten eben kann man noch den akku anpflanzen ich klicke das mal weg und dann wird das gerät hier soweit ich weiß über einen hebel verbunden wir probieren es gleich mal oder wird das nur eingedreht wird nur eingedreht ich dachte beim 1030 haben wir hier neben den hebel beziehungsweise der hebel ist glaube ich nur wenn man unten den akku auch noch anstellt ok das sitzt gut wackelt nicht passt das ist also der lenker halter und ok hier ist noch mal ein anderer lenker halter direkt auf den lenker ich weiß nicht was da gerade rausguckt mal gucken was das ist noch mehr zugehör drin also einmal eine schlaufe falls wir den garmin doch mal verlieren sollte können sicherlich hier irgendwo mit der schlaufe befestigen und dann bleibt er eben am halter hängen okay das sind jetzt hier nur so gummi schellen wahrscheinlich genau um den halter an die verschiedenen lenker durchmesser anpassen zu können und entsprechendes werkzeug ist doch schon mal nett packe ich jetzt auch erstmal weg genau wie die verpackung wir haben hier ein micro usb kabel ganz normal zum laden packe ich jetzt gar nicht aus davon habe ich genug achja und hier ist eben dann die berühmte normale lenkerhalterung mit den ganz ganz vielen gummihaltern es sind sogar zwei zwei lenkerhalterungen noch mit dabei und noch eine zweite da sitzt man eben dann diesen gummiring drunter dass es nicht verrutscht andersrum ich sehe so ein bisschen schlecht wenn ich jetzt hier durch das iphone schaue und mich selbst filme beziehungsweise meine finger so und dann kommt das eben hier mit diesen gummiring überkreuz kann das am fenster oder am lenker oder am vorbau festgemacht werden das packe ich auch wieder weg jetzt nichts berühmtes ansonsten hier in der verpackung brauchen wir alles nicht so vielleicht ganz schnell das hatte ich bei den barou elementen vergessen das gerät hier zu wiegen jetzt muss man es mal einschalten möchte er nicht aber jetzt 81 gramm das ist etwa wenn ich mich recht erinnere 14 gramm leichter als der wahoo element rom aber 14 gramm ist natürlich nicht viel ansonsten sind sie von der größe her was ich jetzt sehe etwa gleich groß kann auch einfach mal hier rüber greifen na doch der wahoo ist noch ein bisschen größer der bildschirm ist auch 0,1 inch größer aber das fällt glaube ich kaum ins gewicht den lege ich wieder weg jetzt schalten wir den doch einfach mal an wahrscheinlich hier durch längeres drücken jawohl er piepst 76 prozent ok sehr schön was passiert jetzt eigentlich ich muss ihn jetzt bei garmin ist es eben so dass ich alles direkt hier über das gerät einstellen muss das tue ich jetzt mal englisch möchte ich nicht deutsch da war es über eine app wird das wesentlich besser gehen was steht hier telefon einrichten laden sie die garmin connect mobile app herunter und öffnen sie sie und das telefon zu koppeln und persönliche statistiken und so weiter ich habe die garmin app schon immer auf dem smartphone weil ich früher die ganzen garmin geräte gefahren habe den letzten eben der 820 und ja jetzt öffne ich mal die garmin app dauert ein bisschen offenbar so 70 kilo das kann sogar noch ein bisschen noch funktionieren so egal eigentlich mein tag möchte ich nicht die werte sind wahrscheinlich schon ein bisschen älter hier 2017 okay so wenn ich jetzt aber fort war ich weiß nicht auf welchem screen ich hier sein muss da ist auch der edge 820 ich gehe jetzt aber mal auf fortfahren im app menü geräte wählen so das hier entferne erstmal dieses alte gerät so im app menü wo ist das app menü geräte gute frage garmin geräte hier ah ja immer noch mal wie wo smarten edge 820 c ja so und anwendung auf display anweisung auf display folgen kein gerät gekoppelt verbindungsprobleme wie kann ich denn hier ein neues gerät an der geräten er da unten jawohl verbinden aha okay jetzt 830 den wähle ich aus jawohl koppeln verbindungsaufbau ja auch das möchte ich tun hier einrichtung des edge 830 wird abgeschlossen das geht doch jetzt eigentlich ganz gut ich könnte jetzt auf fast vorwärts drücken kann connect möchte auf ihren standort auf ihre standortdaten zugreifen jawohl einstellungen standort beim verwenden das reichte eigentlich ja denke ich oder oder immer verwenden der ab immer mache ich nicht reicht das zum synchronisieren von benutzereinstellungen einrichtungsassistenten in mobile app abschließen ok mobile app weiter so jetzt kann ich hier herzfrequenzen einstellen wahrscheinlich habe ich das von früher schon mal gemacht das lasse ich jetzt einfach mal so leistungsbereiche ich weiß nicht ob das stimmt lasse ich jetzt erstmal so aktuelle dringendaten an das neue gerät senden nee möchte ich jetzt nicht weiter aktivitätsprofile ok ok radfahrtypen auswählen straße möchte ich berge möchte ich offroad offroad und zyklokross berge möchte ich eigentlich nicht im gebäude weg zur von arbeit ebike ja warum nicht ich probiere es einfach mal tourenrad fahren egal da habe ich fast alles drin ok fast fertig synchronisieren sie das gerät das gerät wird regelmäßig im laufe und so weiter jetzt synchronisieren so liebe leute die gaming connect mobile anrichtung ist abgeschlossen das ging jetzt einigermaßen flott hätte ich nicht gedacht herzlichen glückwunsch erste schritte nicht jetzt alles klar ok damit ist das gerät hier im system eingerichtet hier ist nochmal was steht was von 5 gucke ich nochmal drauf mit wlan verbinden das habe ich bisher noch nicht gemacht kontakte synchronisieren brauche ich nicht unfall übernachrichten und so weiter live track einrichten informationen aha strava hat er schon konnektiert das war wahrscheinlich vorher schon connect iq auch so mit wlan verbinden ist vielleicht noch ganz gut netzwerk hinzufügen warten auf den edge da drauf ah ja das ist nicht der gastzugang das ist mein wlan da gebe ich jetzt das passwort ein das müsst ihr ja nicht sehen so hinzufügen verbinden so muss ich jetzt hier noch was machen fortfahren ne schaut hier er ist schon mit dem wlan verbunden das ist eigentlich spitze aktivitätsprofile einrichten fortfahren so wenn ich jetzt einfach sage ich möchte rennrad fahren also ich habe jetzt hier verschiedene aktivitätsprofile wahrscheinlich brauche ich das handy jetzt gar nicht das kann ich bei wahoo alles übers handy machen aber schauen wir mal hier einfach ich gehe jetzt auf rennrad gucken wie einfach es geht sensoren verbinden ich gucke jetzt einfach mal welches fahrrad ist hier in der nähe bewege einfach mal die di2 gucken was passiert so sensoren verbinden auf fortfahren drücken licht licht ich habe keine licht sensor ah schaltung shimano di2 vielleicht ist die andere schaltung meine stram e tab das weiß ich nicht genau ich weiß aber jetzt auch nicht was ich für licht sensor haben sollte das wundert mich jetzt so ein bisschen ich konnektiere ihn da einfach mal hinzufügen ja warum nicht wahnungen ich möchte das gerät nicht während der fahrt bedienen was sonst so ok jetzt habe ich hier nach unten die zwei tasten einrichten möchte ich jetzt nicht 3 3 schaltmodus s2 naja also ups das ist wohl alles jetzt noch eine bedienungshilfe hier das wetter ich wollte aber eigentlich gar nicht lichtmotor ist automatisch nach oben schreien ja leute es ist nicht so einfach vor allen dingen Rennrad ich bin hier auf Rennrad ich möchte jetzt eigentlich hier meine Seiten einrichten weiß aber nicht genau wie es geht so wenn ich jetzt Geschwindigkeit Durchschnittsgeschwindigkeit Distanz Zeit Kalorien ähm oh was passiert jetzt ich gehe mal auf das Häuschen vielleicht muss ich erst hier irgendwo ah ja Protokoll eigene Statistiken Aktivitätsprofile ich glaube ich muss in diese Aktivitätsprofile rein gehen sage ich jetzt Rennrad Farbe Trainingsseiten jetzt komme ich in die Trainingsseiten und kann jetzt hier sagen Seite 1 Layout 6 Datenfelder ich möchte jetzt beispielsweise mal 8 Datenfelder haben ok zum Austausch auf die Felder tippen Geschwindigkeit Durchschnittsgeschwindigkeit Geschwindigkeit ich möchte im Grunde möchte ich hier ähm die Wattzahl haben beliebt Geschwindigkeit Distanz Timer Höhe Navigationsstrecke allgemein Trittfrequenz hm Leistung hatten wir hier Leistung 3 Sekunden das tut er die Distanz die Zeit Kalorien möchte ich nicht klicke ich drauf beispielsweise die Trittfrequenz oder beliebt gibt es die vielleicht Jawohl Trittfrequenz haben wir hier ok die Richtung möchte ich auch nicht haben die Höhe die hatten wir schon dann nehmen wir die Höhe hier weg ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen rum hier ähm was ich nicht so genau weiß warum das hier nicht alphabetisch sortiert ist allgemein dann kommt T wie Trittfrequenz dann H wie Herzfrequenz L wie Leistung E-Bike Gänge Gänge ist nochmal gut Gänge D2 einfach mal hier ok Uhrzeit entferne ich mal ich bleib jetzt einfach mal bei der Schaltung ne wo war die Gänge Gang Sorten was ist denn eine Gang Sorten Batterie weiß ich nicht achso die Gang Sorten Batterie die Gang Sorten Batterie Leute was ist denn eine Gang Sorten Batterie nochmal Gänge Ach Gang Sensor Batterie heißt das achso Gang Sorten Batterie habe ich gelesen Kettenblatt Ritzel Verhältnis Kettenblatt Ritzel ok was ist der Unterschied zwischen einer Gang Sensor Batterie und dem DI2 Akkuladestand das verstehe ich nicht so ganz also das zeigt doch dasselbe an ok ich sag einfach mal ok hier leer und Datenfelder das haben wir soweit dann gehen wir glaube ich zurück da ist das eingerichtet die Karte hätte ich noch im Grunde der Alarme Navigation Karte Ausrichtung und Bewegungsrichtung Autozoom Navigationstext warum möchte ich den Autozoom haben will ich das ok lasse ich Karten Sichtbarkeit Karten Information Karte wählen aktiviert Garmin Cycle Map EU ja schauen wir doch mal so was mich jetzt noch mal interessieren würde wie ich hier überhaupt die die Karte anschauen kann nur einfach mal um zu sehen wie die Karte aussieht ähm das weiß ich aber jetzt nicht und dann muss ich irgendwie erst ein Training starten erfasste Satelliten erfasste Satelliten ja ich bin jetzt hier in der Wohnung da passiert wahrscheinlich nicht viel wenn ein schwaches GPS-Signal wenn ein schwaches GPS-Signal schade 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 dauert ja liebe Leute ich glaube ich lasse es damit erstmal sein der muss wahrscheinlich erstmal draußen an der frischen Luft die Satelliten finden und dann bin ich ganz gespannt wie die Karte dort aussieht und wie das Routing funktioniert denn dafür haben wir ja was erfasste Satelliten es geht doch irgendwas Lichtnetzwerk erstellt wie gesagt ich habe gar keine Lichtsensoren beziehungsweise kein Lichtnetzwerk ganz gespannt dass das sein könnte hier steht aber auch noch ein E-Test-Bike aber das hat glaube ich auch keinen Lichtsensor erfasste Satelliten also er macht doch was in der Wohnung wahrscheinlich ganz schwach da bekommt der Wahoo auch hin hier in Empfang einen schwachen aber immerhin vielleicht passt es ja wir sind nicht so weit vom Fenster entfernt jups nicht dass das jetzt hier eine langweilige Geschichte wird nicht euch noch relativ lange mit dem selben Video auf den Zeiger gehe vielleicht schneide ich auch hinterher aber das funktioniert jetzt nicht richtig das machen wir später weiter ok also bis denn euer Claude